Hallo und herzlich willkommen zum 33. Spieltag der Bundesliga. Wir spielen Schalke gegen Hertha. Für Hertha geht es noch um alles. Für Schalke um die direkte Champions League Qualifikation. Der deutsche Meister steht ja schon fest. Beste Mannschaft der Welt ist ja wieder Erster. Wir müssen leider sagen, dass die beste Mannschaft der Welt auf Platz 2 ist. Ja, das macht voll Sinn, Hardy. Die beste Mannschaft ist auf Platz 2. Ja, auch die beste Mannschaft der Welt kann mal schlechte Tage haben. Die haben laufen viele Tage vor. Die haben ja richtig. Robben hat immer seine Tage. Höhne ist hat auch das sehr gerne seine Scheiß-Tage. Und einen Tag bevor die Schale in Dortmund rumfährt, wird ja auch noch der Pokal geholt. Ey, unsere Mannschaft geht von Stärke 73 bis 76. Ja, aber uns denn? 76 reicht doch. Ja, dann würde ich sagen... Mehr haben wir leider auch nicht. Haben die Schalker nicht irgendwie voll... Oder möchtest du mit zwei Stürmern lieber spielen? Das ist mir vollkommen egal. Einer ist auch okay. Scheiße. Ja, dann kann ich aber geben, ey. Ja, wir haben echt ein paar Spieler. Ich tippe mal ein freshes 1 zu 2 auf Hertha. Die werden nämlich die scheiße 04 richtig... Ich tippe ein 3-1 auf Schalke. Ne, ein 3-0. 3-0. 3-0 sogar? Weißt du, Schlumpfhausen hat gerufen, die müssen mal wieder hier verlieren. Und was geht das denn bei Schalke? Gar nichts mehr, ne? Das Gladbach nicht noch den dritten Platz wegnimmt. Hadi, ich möchte es mal bestätigen. Ach, die Schalker... Ich sage übrigens, Schalke gewinnt 1-0. Ich sage übrigens, BKB ist deutscher Meister. Ich sage, das ist ein dickes Unentschieden mit 2-2. Ein dickes Unentschieden. Ein dickes Unentschieden. Richtig dick. So, Sepp, ich hoffe für dich, dass du nicht rausflickst, sonst muss ich mich aufregen. Ja, dann muss ich mich auch ziemlich aufregen. Das wäre bei Internet. Das ist schon viel gelufft. Ich werde dann alleine weiterspielen. Die können ja Minecraft nachher nicht aufnehmen. Ach so, da wir ja gegen Ende der Bundesliga steuern, sollten wir vielleicht noch dabei sagen, dass mit Ende der Bundesliga natürlich nicht unsere Orakels aufhören, weil es läuft ja immer noch Champions League, dann ist noch das Pokalfinale und die Europameisterschaft ist ja auch noch. Oh ja, die EM ist auch noch. Wofür werden eigentlich so wackeln? Lutger Fall. Oh ja. Außerat will natürlich keiner wie die EM-Orakel. Also, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Das wird doch nichts. Wer ist denn jetzt hier der kack Schiedsrichter? Lutger Fall. Moment, was ist denn das? Der Schiedsrichter. Ich möchte dem Wasser einmal wieder haben. Kann ich mich wegsüber den Aufricht? Ja, ich bin ja mal gespannt, ob Herthaatschaft in der Bundesliga zu bleiben, ansonsten haben wir halt keine Ostmannschaft mehr. Na, ist auch gut so. Ja, genau, kann er mich einfach wegnehmen. Nein! Oh, alles easy. Ja, die Berliner sind nervös. Wir müssen kämpfen, ey. Alter, wie ich nicht mal passen konnte. Da sieht man wieder eine Mannschaft, die das Not gegen Elend spielt. Boah, wie langsam der ist und der läuft trotzdem an ihm vorbei. Der, der sogar steht. Nein! Mein Gott. Wieso habe ich denn bitte in Richtung Tor geköpft? Ja, hat mich hat's nicht mehr gegeben. Oh, Wattenkopfball von Ramos. Der Hildebrand mit Glatzer bei mir. Wieso steht denn da keiner? Da bringt er den Schiedsrichter dazwischen. Boah, Alter, wat'n geiler Pass. Das war doch kein Foul. Auf jeden Fall. Oh Gott, das freut er her. What the fuck, ey. Boah, hat ein Sahne Pass. Was ist das denn? Was ist denn das denn? Nein, nein. Ey, ohne Scheiß. Oh, ohne Scheiß. Doch, das gibt's. Nein, das gibt's Rot. Aber ohne Scheiß. Ich hatte doch den Ball und wollte den jetzt klären und dann rutscht der rein. Und Sepp, wenn ich den schießen muss, wird's weiter leider in 0-0 stehen. Nein, doch, Sepp muss den schießen, Sepp. Ich will mich bitter so hart, Will. Ich kann das nicht. Hatschi. Boah, das bringt nichts. Boah, das klappt immer in der Sonne. Ja, und Sepp, da hab ich den geilen Freistoß rausgeholt, Junge. Boah, dann macht diese Pahl ja rutscht das 1-0, ey. Boah, ha, ha, ha. Boah, da kann ich mich schon wieder aufregen. Bam. Ganz locker aus dem Tuschgelenk. Weißt du, wenn man schon mit einer Mannschaft spielen muss, wo die Hälfte aus Bayern-Noten besteht, ja? Die zu schlecht waren für die Ersatzmannschaft von Bayern. Die können auch nur absteigen. Oder zu Schalke wechseln. Und die Angreifer wiedergeschritten. Alter, rennen wir noch nicht in die Hacken. War geplant. Raoul. Können wir den auch noch mal reinrutschen? Boah, sehr schade. Der sieht aus wie Robben. Wer hat da der? Wer hat der Spieler, den ich steuere? Der Halbklasse. Auf jeden Fall mit der Halbklötze. Andreas Ottel führt den Ball. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus nach Abstieg. Oh, wie der den voll weggeschubst hat. Nein! Oh. Alter, willst du mich verarschen? Oh Mann, ey. Ballert der Ball wieder durch Ping-Pong da zurück, so ein Scheiß. Mein Ball. Was? Ist das für das Schwitze denn nicht ab? Ja, ich habe passend gedrückt, aber warum auch immer der Hütte dir noch dreimal vor? Aber was macht der daraus? Boah. Oh Mann. Da versuchen die Herthaner zu zaubern, aber es kann es leider nicht halten. Ja, sehr schön. Im Gegensatz zu scheiße. Boah, du schade. Aber die Richtung stimmte zumindest. Ja, das wäre fast dann selber, er hätte so ein Traumtor machen müssen, wie der Raul irgendwie ein paar Spieltage zuvor gemacht hat. Das war die selbe Situation. Wurde den Zieler da halt aussehen. Oh Mann, das ist ein Foul. Oh Mann, was? Ey, das kann doch nicht sein, dass Hadi mit seiner Mannschaft in Führung ist. Hallo, ihr kriegt jetzt voll auf die Mütze. Scheiß Absteiger hier. Oh Mann, das sah nicht ungefährlicher aus, ey. Oh Mann, das sieht wohl der Hagi. Oh Mann. Das war er. Jetzt war es doch. Oh Mann, du Nugatschnitte, ey. Doch, schade, da stand er dazwischen. Ja? Neu. Oh fuck, war zu weit. Ja genau. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Die Jatovic war da nicht mal voll guter Stürmer. Der ist eine Korte, ne? Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere, die Jatovic heißen. LOL, was? Nein, der steht im Abseits. Doch nicht. NICE! Boah, war das geil! Alter, war das ein geiler Spielzug, oder war der Geil? Aber ohne Witz, da habe ich gedacht, der steht im Abseits. Das habe ich allerdings auch gedacht. Alter, weißt du, der, wo Korrel rein geht, der schlicht dem 2 cm an Kopf, ey. Was ist denn das für ein Fick-Torwort? Boah, ey, ist halt nicht nur Christian, ey. Der war echt richtig schön. Das ist ein schöner Ausgleich. Der sollte eigentlich nicht direkt zurück zum Torwart gehen. Wie heißt das nochmal Standard-FIFA-Fail-Tor? Ne, wie haben wir das nochmal gesagt? Kack Standard-FIFA-Fail-Tor? Der war noch viel ab, um nur aufzusammeln. Scheiße, viel ab und hier aufzusammeln. Du warst abgelenkt, das hat man genau gesehen. Hat eigentlich einer für Hertha getippt. Ja, ich. Alter. Ja, schön. Boah, die sind so schön. Das wird ganz gefährlich. Das wird ganz gefährlich. Ja, der hat geworden. Ja, komm. Von der Mittellinie kann jeder abziehen. Fehlen da fast die Worte. Ja, der Hintelar, der den zu vergessen hat. Mal rausspielen. Ja, dann können wir ja so Schäms wie Christian noch nicht. Ja, das ist doch so scheiße, wenn man so einen Bimbo-Torwart da drin hat. Boah, nee. Das ist echt ein bisschen öffnig. Adi, spiel du den doch, lenke den doch selber, dann kann der bestimmt noch mehr. Ja, ich rühre auf den Spieler zu. Ich kann einfach nichts. Echt zum Kotzen, sowas. Hallo, das ist immer ein Nationalspieler von Deutschland. Also ein Ex-Nationalspieler. Ja, der vierte oder so. Alter, willst du mich verarschen, du Fickgesicht? Niemals. Ich glaube, heutzutage wäre er nicht mal der zehnte. Wow. Ja, so kann es weitergehen. Nein, nein. Die Lücke war so schön. Ach, komm. Der ist ein bisschen langsam. Ja, unsere Abwehr ist ja auch so schnell. Ja. Hünteler. Du kannst gar nicht so schnell gucken. Nein. Oh, Mann. Ich stehe im Abseits. Nein. Ja, genau. Und dann kriegt es wieder gelb. Oh, Alter. Ja, beide Innenverteidiger gelb, oh Mann. Der Schiedsrichter ist homo. Völlig vertrieblich rot. Ja, aber hallo, so wird es ja auch kaum nicht mein Herzer. Da geht es ja um alles. Die müssen sich nur mal rein... Hat nicht der Verfahren total... Wieso schießt der denn nicht? Kann die Mauer nicht verschieben. Ach, brauche ich nicht. Brauchen wir uns nicht. Lel. Oh Gott. Genau, Lel. Lel, der alte Trickser. Lel. Lel. Hättet sie mich nicht gemacht, wenn unser Torwart der auch noch reingelassen hätte. Lel. Von der Weg in die Schieße kann ja jeder. Ja, meine ich auch. Boah, scheiße, habe ich doch Kreis vom Abnehmen gedrückt gehabt. Sie kombinieren der Vorgang. Oh Mann, ey, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, 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 oh. Da hat der Lasogga nicht mitgedacht. Was war das denn, Sepp? Vorlage! Torschuss. Der Spieler schon Lasagne heißt, ne? Nur Abstoß. Lasagne. Ich finde Lasogga eigentlich ziemlich cool, das geht so leicht von den Lippen. Lasogga. Hünteler. Oh, oh. Ich kann den Ball nicht annehmen. Oh Mann. Alter, ey. Das war die gleiche Situation wie eben, ey. Mann. Ja, das stimmt. Alter, aber der Klärversuch, der war wieder fucking awesome. Oh, jetzt ist dieses Kreis, den man gespeichert, ey. Das ist doch einfach nur zum Affenficken, ey. Mann. Affenficken. Alter, wie langsam ist der denn, ey? Ja, dann geht's auch gleich wieder. Und, Alter, der. Ja, komm, sepp den Zickels jetzt mal schön da rein. Dem klatsch ich in die Eier. Nein, das springst du ja nicht. Ja, komm. Nochmal auch, Flanke. Klasse, wie er da das Aufbauspiel... Oh Mann. Und Kraft. Was machst du? Hartwig, Hartwig, Leiter, verging mit Fausten, ey. Geh mal aus dem Tor raus zu Faust. Boah, hast du den Fallrückzieher fast gesehen. Ach, spiel doch früher ab, Raphael, ey. What? Oh, verdammt dich. Oh, jetzt ist schon wieder hier die beiden gelben, ey. Das hab ich gesehen. Ach, schade. Schade. Ja, entscheide doch mal. Ja, hat hat er leider gesehen. Weck da. Nein! Nein, nice. Ja, ist klar. Oh, Mist. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger... Ich glaub, der wäre aber um Absatz gewesen. Ja, hat nicht gerechnet. Jawohl. Boah, die sind ja beweglich wie ein Stück Scheiße. Du bist heute, wie war der geile Retter, als ich Scheiße gespielt hab. Oh. Hör, der hat doch gerade Vorteil gepfiffen am Arsch. Wie so? Der Schiedsrichter ist einfach nur Scheiße. Der hat auf jeden Fall eine Wettmach-Fia wieder für ihr Scheiße gespielt. Wieso denn nicht zu dem anderen Scheiße? Hör, dann. Glas klar. Das ist der Nachfolger im Holzer. Oh, Ballannahme. Ballannahme 5. Matip. Boah, ich kann den Ball nicht annehmen. Andreas, das ist echt nicht leicht, nicht reinzurutschen. Oh, boah. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das hat sich das gespeichert, aber... Wir haben leichte Speicherprobleme. Ja, ich hätte auch gerne für das nächste FIFA, dass man die Funktion mal ausschalten kann. Oh, oh. Lauf doch! Alter, wie alarmarschig die sind, das ist ja ekelhaft. Ja. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den... Ja, genau. Hertha hat auch hier Usain Bolt als Stieger in der Abwehr, deswegen, weil die so schnell sind. Der da oben steht frei! Nice! Jawoll! Das ist ja genau! Sogar! Da habe ich mir schon wieder die eigene Flanke vorgegeben. Ich hasse sowas. Hast du den nicht gekriegt, dass den Laden... Du hast ihn uns gut zu tun. Guck mal, was der Lasaga für ein Tor gemacht hat. Oder Torwart kann nicht überhaupt wachsen. Wechselt den doch aus. Wechselt doch den anderen Torwart eigentlich. Schombau oder Torwart. Den anderen 71er Torwart. Du, Alter, was macht der denn? Ich habe nach vorne gezielt, ey! Ja, genau so wird's kommen. Du wirst sagen, ne, so wird's nicht kommen. 1, 2, höchstens. Auf jeden Fall, äh, ist immer so. Und von der Welt war Schüchel, Herr Schölder 1. Wo kommt denn unsere Passgenauigkeit? Die haben wir aber noch nicht gesehen. Ja, die ist letztens woanders, die ist jetzt kacken. Schicht, der guckt nochmal raus für seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff in der zweiten Halbzeit. Oh, ich wollte gerade passen. Raul. Wo ist denn die... Haha, nice. Leucht. Ding, ding. Was war das? So, erstmal weg damit. Weil ich hier als dritter Gegenspieler spiele. Boah, leckt mich. Keiner kann uns stoppen. Ich stehe abseits. Hilfe! Wo wir die den Ball einfach nicht annehmen können. Boah, was das denn? Meine Fresse. Nimm deine Ball. Ein dummes Ding. Ja, damit. Oh, Einwurf für uns. Upp, Nida. Schall. So gefährlich. Das grätscht hart weg. Oh. Ich trau mich nicht zu grätschen mit den Gelben. Nee, irgendwie nicht. Ach, warum rennst du mir denn in den Weg? Warum rennt diese andere Blödscheiß-Fucker mir denn in den Weg? Boah, Ballernahme ist echt ein Fehler bei denen. Endlich mal, endlich, letztendlich. Boah, ich war mal genau. Nein, nur los, ich kriege ihn auch mit. Boah, ich hab leider erst gesehen, als sie zu spät waren. Man rutscht her da rein, ey. Ja, genau. Ja, und ich würde einfach mal tippen, bei der nächsten härteren Aktion zieht der Gelb. Ja, und wenn du dann so abwehrst. Das ist doch ein Witz, ey. Warum bist du denn jetzt nicht bei Lassaga? Weil ich gedacht hab, der schießt. Da hat keiner angegriffen von den drei Spielen. Und hier sieht man, warum die Trainer immer wieder fordern. Ja, 4-1, du würdest mindestens ausgehen für Hertha. Da haben wir einfach die Tendenzen für Hertha. Die vergessen den Huntelaar wieder irgendwo am Bus und dann kommt das so. Weil dann vergisst man halt gerne, ne? Was machst du denn da? Ja, was denn? Da steht doch keiner frei. Gut abgefasst. Da standen ganz viele Leute und ich unbedingt frei. Alter, fick dich jetzt! Uh, fuck, der war zu lang. Nein, der wird noch geholt, ja. Boah. Alter, wie die auch nix gewinnen. Keine Zweikämpfe, keine Kopfbälle, ey. Was können hier überhaupt? Ach Mist, ich dachte, der läuft vorher schon rein. Das bringt ja auch nach dem Abstoß geben. Guckt ihr einen anderen Torwart jetzt? Nee. Mal im Höheprand. Da habt ihr irgendwie keine Haare umgeguckt mehr. Ja, das hatten wir letztes Mal schon. Achso. Ah ja, stimmt. Nein! Kann ich den reinrutschen? Oh, oh. Boah, das ist so ein schlichter Scherz. Sehr schön. Boah, immer dieser Fail, wenn man gegeneinander läuft. Ich wäre es ja gegeneinander gelaufen. Achso, wer ist meins? Wenn ich jetzt mal... Noch ein Tor geschossen habe. Wieder so ein FIFA-Standard-Fail-Lackerschläge. Und dann tanzt er bis ins Tor. Und da ist der Tor. Ja, was war denn so ein Pass? Aber noch ist alles zu safe. Oh, oh. Ach. Und die Schalken, den darf ich reinrutschen. So sieht ein Pass aus. Wie! Die Schalkenktion ist bereinigt. Boah. Ja, dann passt das zu dem. Oh, Mann, jetzt Gerda. Wo schießt du denn die Hüte? Da muss ja einer stehen. Ja, halt. Boah. Alter, ist er langsam. Pff. Das springt er so nah. Da war ich mir aber sicher, dass ich den auch krieg. Und nun Adrian Ramos. Da hab ich nicht stehen. Jetzt die Wirklichkeit zur Flanke. Oh, Scheiße. Boah. Ich verfrisset aber nicht. Nein. Was macht der denn da? Ich weiß aber auch nicht, warum mein Spieler gleich nochmal reingecratcht ist. Ja, das hab ich mich dann auch gefragt. Oh. Oh. Lol. Oh. Nehmen wir den Ball weg. Boah, wie würde ich mir denn den Ball wegnehmen können, ey. Echt, ey. Ein niedlicher, kleiner Roller. Ein niedlicher, kleiner Roller. Ich bin her. Hui. Hui, sagt er da. Endlich hält er mal einen Ball. Endlich hält er mal einen Ball, sagt er da gerade. Klasse Abwehrbeit. Gutes Stellungsspiel. Den Schuss abgeblockt. Der Zuckerpass von nebenan. Der ist so geil. Ja. Sehr schön. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt doch gar nicht. Gute Stellungsspiel, auch in dieser Situation. So ein Zuckerpass. Ja, und dann guckt der nicht an. Raphael. Nein. Okay. Die Flanke kommt gut. Versuch's. Boah, ja. Das ist ganz toll. Guck mal hier, der Hildebrand hat sechs Paraden. Na, die überdreht sich eigentlich über den auf. Der Krach hat nur eine. Oh Mann. Scheiße, ey. Das wäre nie gar nicht. Das wäre nie. Leute, wie faul. Leute, mach die weg. Ja, nein. Boah. Wie der einfach zu langsam war dann. Was wird das denn jetzt? Ja, go for Applegy. Boah, jawohl. Boah, jawohl. Boah, da muss er aber auch mal durchgreifen hier jetzt. Hups. Ja, auf jeden Fall. Da sitzt der Frust aber tief. was da auch noch auch auf mit dem Knie voll in die Klinik ein Traummann die gleiche zu mir gedacht ich könnte mal probieren direkt zu nehmen das kann natürlich auch jeder Spieler Hallo mit Zoros Klappel voll oft warum steht die abwehr denn immer so weit vorne ja ich dachte passen wunderschönes tor hätte ich mal gewusst sei den hd den spiel dann hätte ich direkt auf die aber ich wüsste dass er nicht abspielen da müssen wir noch einschließen der kopf ich will jetzt aber sehen hier kann ich nein so krieg ich ja nicht den richtigen spieler ja genau der hilde brammer was gehalten er ist echt wunderschönen weg soll zwei jahre gleichzeit wieder? Warum ist die Abwehr so weit vorne? Die können doch nicht so schnell rennen, ey. Ich bin auf ausgeglichen. Sepp! Ich kann nix machen. Der macht nichts. Ja wie, du kannst nix machen. Alter, wie viele Fehlfeste wir im Aufbau haben. Immer kurz vor unserem Tor, oder? Das ist das Schlimmste. Der rutschen kann da auch nicht. Der hat schon Geld, ne? So, Sepp, ich will jetzt noch mal ein Tor sehen hier. Das muss doch möglich sein. Oh, ne, ne. Mann, wie viele Leute da mal sind. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nein, das kommt der nicht an. Ich gewinn keinen Kopfball, ich bin einfach nur Scheiße. Ja, genau, dann steh ich nicht im Weg. Mann, mit drei Leuten hier, genau. Nice. Den Hildebrand kannst du so in den Kamin schmeißen, ey. Der bringt nicht mal Wärme. Der soll sich mal die Haare frisieren, damit er mal was sieht, ey. So ein Fick-Wichs-Torwart, da kann man doch nicht drauf stolz sein, ey. Mann, ey, der hält überhaupt nix. So ne Fickse einfach nur. Ah, ne, der wechselt übrigens zu Bayern München jetzt als Stamptor. Ja, Marsch wechselt der, ey. Der Neuer, der will wieder zurück. Ah, der wird der neue Torwart-Trainer von Neujam. Na, ey. Wirklich nicht, ne. Mann, weißt du, da holst du doch so auf. Oh, komm. Er hatte aber ne Weltklasse-Parade rausgeholt, muss ich sagen. Weltklasse-Parade. Guck mal hier. Boah, zack. Hat er sich mit seinem ganzen Gemächt hingeworfen. Komm, das sechste Mal war auch noch. Wir gewinnen keinen Kopf. Oh, wie die... Scheiße, ey. Leute, die kennen ja gar nix. Ja, genau. Nein. Ach, Mann. Ey, lass sogar. Ja, genau. Ihr habt ja auch nicht Wunderspieler Pucki im Spiel. Hab da auch voll gefailt. Seid ihr selber. Oh, oh. Alter, nicht so reinrutschen. Sofort abgezogen. Oh, was war das denn? Wieso schießt der denn nicht richtig? Hahaha. Was war das denn einer? Alter, was ein Coolerball, ey. So, jetzt. Nee, nicht mehr. Egal, ich hab zwei Tore geschossen. Ich darf jetzt hier mal abnüten. Fail. Ah! Oh, der hättest du mal abspielen können. Mann, 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 ey. Der Hildebrand, ey. Hat ein spannendes Spiel. Äh. Mensch, war das knapp, aber dann doch nicht. Ja. Das war gar mit zwei Toren. Also, laut unserem Orakel kriegt eventuell Mönchengladbach doch noch den dritten Platz. Das wird nicht eventuell nur so sein, das wird so sein. Ja, das hoffen wir. Also, jetzt hofft ja wohl jeder von uns. Ja, dann sehen wir uns am letzten Spieltag, beziehungsweise in der Champions League. Und bis dahin, viel Spaß bei der Bundesliga. Juhu! 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 Juhu!